Wir sind vorher auf Räumen alarmiert worden. Die Lager waren am Anfang kurz und klar. Es war dann noch eine Person im Auto, die schon vom Roten Kreuz betreut worden. Wir haben dann noch den Zugang von Größen für das Roten Kreuz, die ist dann vom Roten Kreuz verarzt worden. Die Autor haben sie geführt und wir führen jetzt dann noch die Reinigungsarbeit in der Straße durch, wo man hat geschrieben, wie gesagt, da war die Feuerwehr Unterring, Wusdorf im Einsatz und Roten Kreuz 2006 und es war ein Rätselwild. Die Höhepräsler Kuntzner 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020